Ja, okay. Na, das Level noch. Danach brauche ich erstmal eine Pause. Boah, ist ja grausam. Farbenmodell. Irgendwie sehen die alle gleich aus. Ups. Irgendwie lasse ich gerade alle Bestätigungsdinger aus. Wow. Das war ein bisschen eng, was? Der war ja toll. So was nennt man, glaube ich, radikale Bremsung. Oh, die fallen ja runter. Ich geh kaputt. Oder auch nicht. Achtung, geh kaputt, Mann. Juuuuhu. Geht doch. He he. Juuuuhu. Nein! Boah. Das ist ja heftig, ey. Ich glaube, die anderen Spiele wären wohl nicht schlecht gewesen. Aber, jetzt habe ich mich für Sonic Heroes entschieden und dann muss ich jetzt durch. Juuuuhu. Ich kann mich hier noch irgendwo runter, ey. Ich kann mich hier noch irgendwo runter, ey. Ich kann mich, wenn ich mich... Ich kann mich, wenn ich mich... Ich bin hier noch nicht los. Ich habe noch gewechselt. Scheiße. Ähäähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähähäh. Ich habe doch gewechselt. Juuuuhu. Ich glaub, die Schlüssel, die man findet, geistens selten dem doofen Level am Ende hat. Super, die sind Zusatzlevel. Wow. Äh, ja. Quatsch. Was soll der Mist denn? Boing. Das hat natürlich wunderbar funktioniert wieder. Hey, where is the turtle going? Numerous Eggman robots detected. Prepare a dash mode. Ja, Deino, so weit verstehe ich unter Speed. Ey. Oh, deine Schlüssel. Neh mich mit. Ey. Geht doch. Uhu. Nein, 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 nein. Benno. Ist ja beschiss, ey. Uhu, okay. Hey, Mann. Das ist das einzig Dome an diesem Sonic-Spiel. Man katapultiert sich immer irgendwie selbst ins Aus. Mann, das darf's nicht geben, ey. Und tschüss. Oder auch nicht. Ey. Oh, lass mich doch in Ruhe. Das gibt's nicht. Was soll... Ah, okay. Das ist natürlich praktisch. Am besten einfach durchwaschen jetzt. Äh. Den hatte ich vorhin schon nicht mitgenommen, glaube ich. So. Boing. Nein, nicht runterfallen. Geht doch. Das geht doch nicht gut wieder. Und der war natürlich ganz falsch. Wuhu. Was war denn was, ey? Ah, ich glaube, ich muss da unten lang. Wow. Äh. Juhu. So, hoch mit uns. Das war nichts. Juhu. Okay. Ja, da geht's ja runter. Ich hab keine Ringe mehr. Äh, ich hab wieder keine Ringe. Wolltschen schief gehen. Da schießt was. Das passt mir nicht. Weg da. Ist hier noch was? Ui. Ey, da geht's lang. Wie viele Schlüssel braucht man eigentlich? Egal. Das Level dürfte hoffentlich... Ist hoffentlich bald durch. Wuhu. Ey, komm her, boom. Wollte grad sagen, die brauche noch ein Level. Nun geh schon drauf, ey. Mann. Uah. Scheiß Teil. Ey, wenn ich mich jetzt schon so anstrengen, wird das erst bei den Bossen. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, non. Wollah. Wollah. Und hoch da. Juhu. Oh, shit. Ja, toll. Und ich seh nicht, wo ich hinrenne. Hilfe! Wie ich mich... Wow! Lauf! Lauf! Da sind ja schon zwei! Mein Finger rutscht gleich vom Kontrollstick. Okay. Lauf! 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 Halt! Nein! Spring! Diesmal? Noch schlechter! Ja, okay! Das liegt nicht am Team. Du bist der Böse? Du bist der Böse mit meinem Armeid? Der Böse der Böse. Der Böse, Dr. Eggman. Du bist der Böse. Du bist der Böse. Das ist der Böse, dass du dein Böse? Du bist der Böse. Ja natürlich, wie kill ich den eigentlich? Ich hab keine Ahnung, bin ich ganz ehrlich. Ich glaub den Schüssen ausweichen wär schon mal ein guter Anfang. Das war ein toller Bug. Juhu. Wie funktioniert das ganz gut gerade? Einfach A drücken. Und die Schnelldachschaltung ist auch so besser. Wo ist der Kerl? Wo ist der Kerl? Ich lauf einfach durch die Masse durch. Es ist okay und sind irgendwie anzudrehen. Was man sagen kann, kann es sein, dass der hinter mir ist? Nein, lauf weiter! Juhu! Juhu! Attacke! Einfach drauf da! Einfach drauf da! Einfach drauf da! Es gibt garantiert ne leichtere Methode! Aua! Aua! Ich will jetzt nicht sterben! Ah, ich könnte ein paar Ringe hier brauchen. Wenn ich jetzt getroffen werde, hab ich ein anderes Problem. Glaube ich. Hey, das sind Ringe. Juhu! Zwei reichen schon. Noch mehr. Huiiii! Und noch mehr! Und es sollte... Ich hab ne Idee. Dazu muss ich nützlich genug an das Ding ran. Also am... Besten einfach durchrennen, wollte ich sagen. Na komm, na komm! Ja. Jedes Team hat seine Fähigkeit. Wird schon schief gehen. Hat's was gebracht? Keine Ahnung. Einfach draufhauen. Also Zeit bleibt... Da bleibt die Zeit kurz stehen. Ja, ich sollte es schaffen. Neun, acht, sieben, drei, zwei, eins und... Get off! Okay, das war der erste Gegner, also demnach. Ach komm, das muss jetzt aber besser als E oder D sein. Kann mir keiner weiß machen, dass... Doch so viel, ja? Ja, okay. Ja, ja. Passt schon. Aber ich glaub drei Sachen sollten jetzt erstmal reichen. Okay, dann... Er speichert ja... Sehen wir uns beim nächsten Mal. Genau in dem Level. Bis dann!